Uuuuuh! Da hinten, beim E-U-Mitztag, auf dem Baum ist es. Da kannst du Wackergrube, da kannst du Wacker rumfahren. Wacker fahren. Da kannst du viel, Sophie. Rufschrauber, da. Der Rufschrauber, da. Halbwaffe. Raffig. Möchtest du da? Guck mal, da oben im Schlauch steht. Wo ist das denn? Rufschrauber. 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 Was passiert? Und? Siehst du's? Leo? Oh! Und da ist das Ende. Und da oben wird ein Ausdruck wieder hinter oben. Ja, der ist einfach da. Und die Kauke. Ja, der sei egal. Ja, der sei egal. Der ist einfach da. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Das ist hier so. Da oben? Da oben. Da oben. Jetzt haben wir durch den Tunnel. Jetzt haben wir durch den Tunnel. Cooler Stückchen. Ja. 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 Guck mal, wie kommt denn das? Ich habe mich sehr. Ich habe mich sehr. Wir haben eine Rutsche. Wir haben eine Rutsche. So, hier stimmte ich mal einen kleinen Zwischenhalt in Kettenblauwerst von der Land. Wir haben eine Rutsche. Der Brun steht auf der rechten Seite. Bitte auf der rechten Seite. Schau mal, schau mal. Müssen wir aufsteigen? Nein. Schau mal. 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 Schau mal.